Hallo, da bin ich mal wieder mit Bärbezono Dickelding. Heute mal mit ein bisschen Tischdekoration. Und zwar habe ich mir das wie immer alles so zusammen gesammelt und wollte euch das einfach nur mal zeigen, wie ich das mache. Vielleicht sind dann da ein paar Ideen für euch dabei. Das ist jetzt hier Kunstform. Das sind ganz, ganz schöne, finde ich, schöne Kunstblumen. Die habe ich mir aus Italien mitgebracht. Ostern. Da gab es die. Ich finde, die sehen aus wie echt. Auch die Blätter. Ich werde nachher ein paar Fotos machen, so von dicht. Also, ich finde, die sind ganz schön. So, das hatte ich mir da mitgebracht und das wollte ich jetzt ein bisschen dekorieren. Dann habe ich diese große Kugelvase. Die habe ich auch ganz lange schon. Alles eigentlich ganz lange. Die Dinger kennt ihr ja schon. Habt ihr wahrscheinlich selber auch viele. Ich habe zwei Serviettenringe. Ich habe hier noch ein paar Servietten. Ich weiß noch nicht, welche ich nehme. Ich will nur für zwei Leute decken. Ich kriege eine Freundin zu Besuch. Also, da weiß ich noch nicht, was ich nehme. Dann habe ich hier dieses ganz einfache weiße Geschirr. Um das ein bisschen aufzupetten, habe ich von meinem Essgeschirr genommen. Das werde ich jetzt zusammen dekorieren. Das sieht dann ein bisschen schöner aus. Ich habe diese weißen Sets. Ich habe hier noch ein paar weiße Kürbisse. Ein paar weiße Äpfel. Ich habe hier noch mal ein paar Federn. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt die schwarzen mit Gold nehme. Ja, wahrscheinlich. Die anderen haben Silber, aber ich habe auch noch hier ohne Glitzer. Nur mit Gold. Das habe ich mir alles im Laufe der Jahre immer zusammengesammelt. Das ist alles uralt. Also fragt mich nicht, wo hast du das her. Außer diese Sachen weiß ich gar nicht mehr, wo ich das her habe. Und das ist auch, wie gesagt, aus Italien. Dann habe ich, ich lege das mal ein bisschen an die Seite, dann habe ich um das Ganze, nee, erstmal habe ich hier zwei Sets. Die habe ich im letzten Jahr auch schon mal drauf gehabt. Das sind Lime-Sets. Und das ist einmal schwarz und einmal grau mit schwarz. Also ist genau umgedreht. Und ich decke die jetzt zusammen. Mein Löffel und was ich noch hier habe, sind drei Kerzen. Die habe ich in einem etwas anderen schwedischen Möbelhaus gekauft. Also nicht in einem ganz großen, in einem anderen. Und das sind drei verschiedene Farben. Das ist so Petrol und Rosa und so ein bisschen, ja, ja, ich weiß nicht, hellgrün. Das finde ich ein bisschen auflockernd dazu. Aber da das so ganz blasse Farben sind, finde ich, passt das ganz gut. So. Ihr seht ja, ich lege das auch mal hier unten. Ihr seht ja, dass ich meine selbstgemachte Wand da habe und meine goldene Lampe. Die muss immer hier stehen. Also von daher, da gibt es auch gar kein Vertun. Das muss man die Wandkirche sowieso nicht abnehmen. So. Ich mache das mal ein bisschen auf die Seite. So, ich habe einmal jetzt hier das schwarze. Ich muss jetzt mal ein bisschen hin und her holen. Ich habe ja nun keinen Beistelltisch, wo ich das hin tun kann. Das heißt, das hätte ich auch. Aber, naja, man kann ja nicht alles hier jetzt so vorholen. Die packe ich auch. Mach ein bisschen an die Seite. Die Sachen. So. Ihr seht, ich habe jetzt schon mal dieses Unterschiedliche hingelegt. Ich finde, nichts ist in der Integration landweiliger, würde ich jetzt mal sagen, wenn das alles so gleich ist. Also ich finde, es darf ruhig ein bisschen asymmetrisch sein und es darf ruhig von den Farben ein bisschen anders sein. Also es dürfen ja auch alte und neue Sachen zusammengestellt werden, auch möbeltechnisch. Ich werde demnächst mal ein bisschen mehr so solche Dinge zeigen, damit ihr auch mal wisst, ich komme aus der Dekoration und ja, nicht nur mal basteln, sondern einfach auch mal nur dekorieren. Also ich habe jetzt hier meine große Vase. Die kann ich jetzt erstmal mit meinen Kunstblumenbestimmung. Das mache ich deshalb, weil mir sind die frischen Blumen zu teuer. Aber ich habe immer irgendwo, meistens in der Küche auf dem Arbeitstisch oder so, immer einen frischen Spaus. Aus so Rosen oder was gerade so jahreszeitlich ist. Irgendwie frische Blumen gehören auch dazu. Aber hier ist auch nicht so ganz viel Licht. Und da stecke ich mir das in. Gucken wir mal, wie schön die sind in der schwarzen Vase. Man könnte das auch, ich habe also auch zum Beispiel eine ganz ganz schlanke Vase und dann nur einen Ast rein. Das sieht auch schön aus. Aber hier wollte ich jetzt ein bisschen üppiger. Man kann das ja immer wieder auseinandernehmen, weil bei mir hätte das sowieso nur eine Woche und dann habe ich eine neue Idee und dann dekoriere ich das wieder um. So. Das kann man auch noch rein. Und dann stelle ich mir das. Ich richte mir das nachher nochmal ein bisschen hier hinten hin. Ich mache mir mal mein Dreier-Set hier vor. Ich möchte gerne, dass die ganze Dekoration hier hinten ist, weil hier mein Mann und ich, wir essen auch hier. Und er findet das natürlich sowieso ganz schön mit der Deko. Also das ist ihm sowieso. Er erzählt dann geben, wir haben 10 Meter Tisch, was ja mindestens so 8 Meter übertrieben ist. Aber er erzählt da immer und da ist so viel Deko drauf, dass er kaum Teller abstellen kann. Meint er natürlich im Scherz. Aber er mag das richtig gerne. Muss er aber auch mit durch. So. Die dunkle natürlich nach hinten. Ich mache sie auch gleich mal an. Leider haben die keine Fernbedingung. Dafür waren sie aber relativ preiswert. Also von daher kann ich dann auch mal anmachen. Ich finde, das muss immer alles gar nicht teuer sein. Man muss immer mal gucken. Also ich habe festgestellt, ich kann nicht loslaufen und bestimmte Dinge finden. Das ist so übers Jahr oder über die Jahre sammle ich mir das dann immer. Ich sehe das dann, denke ich mir, das kann ich auch dazu gebrauchen. Passt zu meinem Farbschema und dann ist das auch ganz gut. So, ich habe mir jetzt diese Teile überlegt. Obwohl ich noch gar nicht weiß, ob ich die wirklich will. Aber ich versuche es mal jetzt. Und habe diese Essteller. Die stelle ich jetzt unten drunter. So als eine Art Platzteller. Ich hätte auch Platzteller, aber ich wollte das mal ein bisschen anders machen. Ich habe dieses ganz stinknormale Geschirr, was ich jetzt da drauf stelle. Guckt mal. Ich finde auch den Kontrast zu diesem gestreiften und dem karierten von diesem Rand ganz schön. wenn man auf sowas gucken möchte. So. Da stelle ich mir jetzt meine Sachen hin. Das muss ich mal gucken. Aber erstmal den Teelöffel. Ich hätte hier noch zwei Serviettenringe. Aber mal gucken. Jetzt überlege ich mir, ob ich die nehme. Ich muss mal einmal sehen. Ich will die auch gar nicht so groß auseinanderpflücken. Ob ich die nehme. Oder ob ich die nehme. Die finde ich nämlich auch ganz schön. So. Das Leben ist schön. Würde ich auch ganz gut finden. Aber was ich hierbei finde. Zum Beispiel. Man kann es nicht wirklich lesen. Aber ich glaube, es ist schöner wie das da drauf. Das ist ein bisschen viel. Also das nehme ich mal wieder runter. Und nehme mir diese drauf. So. Die drehe ich mir einfach nur so kurz rein. Dann mache ich gar nicht so viel Gedöse von. Ich finde auch, wenn man jetzt Abendessen hat oder so. Finde ich das auch ganz schön, wenn man sehr viel gefaltet. Aber ich meine jetzt zum Kaffee trinken muss ich das nicht. So. Ich stecke da jetzt nochmal die Pöder so rein. Dann nehme ich das ein bisschen schwich auf. Und habe jetzt hier noch meine Kürbisse. So. Das soll ja ein bisschen Herbstdeko sein. Hätte auch noch die Äpfel. Aber ich finde, das ist dann schon wieder viel zu viel. Ich neige gerne dazu, so ganz viel zu machen. Aber ich glaube, das ist so schon ganz schön. Was ich euch jetzt eigentlich damit zeigen wollte. Wenn wer nicht so das Händchen dafür hat. Viele sind ja besser drauf. Aber wer es nicht so hat, improvisiert doch mal. Ganz alte Teller, was ich letztens schon mal hatte. Da haben wir schon mal einen Braten abends gehabt mit Besuch. Und da habe ich diese alten englischen Teller, die man immer so früher hatte, gab es in blau und in blau gemustert und in grün gemustert. Ich habe sie in grün mal vom Flohmarkt geholt. Weil meins habe ich natürlich irgendwann mal weggegeben. Weil es war ja unmodern. Jetzt ärgere ich mich ein bisschen. Aber die grünen hatte ich mir auf dem Flohmarkt wieder geholt. Aber nur die Essteller gab es da. Die habe ich dann auch so genommen und weiße aufdekoriert. Das sah richtig, richtig schön aus und herbstlich. Wenn man dann so ein bisschen in grün das alles hält, ist das auch wunderschön. Wenn ihr möchtet, schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr das gut fändet. Wenn ich öfters mal so ein paar Ideen hier weitergebe, ob sie euch überhaupt helfen. Oder ob ihr sagt, also die spinnt wohl, das können wir selber besser oder so. Ich weiß es nicht, aber ich wollte es einfach mal sagen. Diese Dinger sind eigentlich als Geschirrtücher verkauft worden. Habe ich auch mal. Irgendwo waren die im Ausverkauf oder so. Diese beiden als Set. Ich finde das aber gut als Tischset. So, man sieht noch ein bisschen vom Tisch. Wie gesagt, die Dinger, das passt alles wunderbar. Ich werde jetzt noch auf meine roten Stühle schwarz-weiße Kissen dekorieren. Und ja, dann denke ich mir, ist das schon mal eine ganz schöne Deko. Also, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine Rückmeldung geben würdet. Ob ihr das öfters mal sehen wollt, so irgendwas von der Enddekoration oder so. Es gibt ja ganz viel, was man so mal weitergeben kann. Was man auch selber manchmal vergessen hat. So, das könnte ich ja auch machen, das habe ich ja auch. Ich meine, ich habe ja auch nicht irgendwie wundersame Sachen, sondern das sind alles ganz, ganz einfache und auch oft mal ganz preiswerte Sachen. Ja, wenn es euch gefällt, würde ich mich natürlich über ein Daumen hoch freuen. Und ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Bleibt alle schön gesund. Tschüss, eure Bärbel. Bilder hänge ich natürlich noch hinten dran. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020